Ja, moin. Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid. Jörg ist krank und zwar wegen Weisheitsszenen, soviel ich weiß. Da wurden ihm einige gezogen und genau deswegen stehe ich jetzt hier. Und ich werde nicht in 2. Mose weitermachen, sondern ich werde, ja, ich werde einfach was aus der Reihe machen. Jörg wollte gerne selber in 2. Mose weitermachen mit den 10 Geboten und ja, ich dachte mir, ich mache einfach so ein bisschen in dem Thema weiter, in dem ich sowieso gerade so ein bisschen drin bin, mit dem ich mich ein bisschen beschäftige und das ist das Thema Bäume, Bäume in der Bibel. Und ja, wir sind Freitagabends bei den jungen Erwachsenen auf so einer Art Waldspaziergang durch die Bibel und da gibt es eine ganze Menge Wald und eine ganze Menge Bäume zu entdecken. Und der Baum ist vor allem eine Metapher in der Bibel. Also, naja, nicht vor allem. Natürlich gab es auch jede Menge echte Bäume in Israel und in den ganzen anderen Ländern, in denen die Bibelgeschichten so spielen. Aber der Baum wird auch oft als Metapher verwendet für uns Menschen, um bestimmte Dinge klar oder deutlich zu machen. Und da merkt man dann schnell, dass es eine ganze Menge Ähnlichkeiten gibt zwischen Mensch und Baum, aber auch eine ganze Menge Unterschiede, logischerweise. Aber das ist halt ganz, ganz spannend. Und ja, in diesem ganzen Thema Bäume stechen eigentlich, sticht eine bestimmte Baumart besonders hervor. Und das ist die, naja, es ist keine Baumart, es ist vielleicht die Gruppe, eine Baumgruppe und das sind die Obstbäume, die Fruchtbäume. Ja, also ich glaube, Obstbaum wird in den meisten Übersetzungen nicht benutzt, aber eben Fruchtbäume. Und Fruchtbäume spielen eine große Rolle in Israel. Das muss man sich einfach vorstellen, dass, ja, diese Bäume überlebenswichtig waren. Da ist natürlich auf der einen Seite das Ackerland und, ja, der Anbau von, ja, von Ackerfrucht sozusagen, Getreide und andere Dinge, Linsen, keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann sind da eben die Bäume und ihre Früchte und die sind sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel der Olivenbaum, ein ganz, ganz wichtiger Baum für Israel. Ja, und auch hoch geschätzt, diese Bäume. Die Fruchtbäume hatten eine ganz hohe, diese Obstbäume waren sehr wichtig und deswegen auch geschützt. Ja, man durfte nicht einfach einen Obstbaum so abhacken. Das ging nicht. Das war sogar gegen das Gesetz Gottes. Es gibt ein Vers in 5. Mose, da wird gesagt, wenn ihr eine Stadt belagert und vor der Stadt befinden sich Obstbäume, dann dürft ihr diese Obstbäume nicht abhauen. Denn diese Bäume sind doch keine Menschen, warum wollt ihr sie abhauen? Lasst sie einfach stehen, dann könnt ihr von den Früchten essen und alle anderen Bäume dürft ihr gerne fällen, aber lasst die Obstbäume stehen. Ja, das war einfach ganz wichtig und wertvolle Bäume. Und wenn man sich so klar macht, wie lange so ein Obstbaum vielleicht auch braucht, um seine wertvolle Frucht zu bringen, ich weiß nicht, wer von euch Hobbygärtner ist, Hobbybaumschullehrer. Ich bin es tatsächlich nicht. Ich wüsste gerne ein bisschen mehr über Pflanzen und Bäume. Aber ich habe mir angelesen, dass doch der ein oder andere Baum so seine zehn Jahre braucht, bis er das erste Mal Früchte trägt. Zehn Jahre. Ich finde, das ist eine ganze Menge, wenn ich mir vorstelle, ich pflanze heute einen Apfelbaum und muss zehn Jahre darauf warten, bis er das erste Mal Äpfel trägt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass mir wahrscheinlich die Geduld dazu fehlen würde und ich würde einen Baum kaufen aus der Baumschule, der schon vielleicht acht Jahre alt ist, den einpflanzen. Da muss ich noch zwei Jahre warten. Ja, da bin ich einfach nicht geduldig genug. Gehen wir doch mal zur Bibelstelle, die ich heute auf dem Herzen habe. Also das ist Nehemiah, Kapitel 10, Vers 36. Und auch hier geht es um Obstbäume und ihre Früchte. Und diesen Vers hat mir eine Schwester geschickt aus der Gemeinde hier und meinte, hey, du machst doch gerade so viel über Bäume. Ich habe diesen Vers gerade gelesen und ich finde ihn total toll. Und dann hat sie mir auch so ein bisschen, ja, in einer Voicemail halt geschildert, warum sie den so toll findet. Und ich fand das total gut, ihre Gedanken dazu. Und die habe ich heute auch einfach ein bisschen mit aufgegriffen. In Nehemiah geht es darum, dass das Volk, aber eben besonders die Leviten, sich ganz neu Gott verpflichten wollen. Sie wollen ganz neu einen Bund mit Gott machen. Sie wollen Gott nochmal sagen. Ja, nicht nur sagen, sie wollen es schwören. Ja, sie tun einen Schwur und sagen, Herr, wir werden jetzt wieder in deinen Geboten wandeln. Ja, wir haben das lange nicht gemacht, aber jetzt wollen wir das wieder anfangen. Es ist ein Neuanfang, den wir hier in Nehemiah, das ganze Buch Nehemiah ist eigentlich ein Neuanfang. Und sie verpflichten sich dann zu allerlei, ganz grob gesagt, das Gesetz Gottes zu halten, die Tora. Aber dann werden hier noch ein paar besondere Dinge geschildert, zu denen sie sich auch verpflichten. Die werden hier nochmal extra genannt. Und ich lese einfach mal ab Vers 35. Wir, die Priester, die Leviten und das Volk, wollen die Lose werfen über die Lieferung des Brennholzes, um es nach unseren Familien zu bestimmten Zeiten zum Haus unseres Gottes zu bringen. Jahr für Jahr, damit man es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrennt, wie es im Gesetz geschrieben steht. Also alle verpflichten sich, dieses Brennholz abzuliefern. Aber nicht nur das, es soll noch mehr abgeliefert werden. Vers 36. Wir verpflichten uns, die Erstlinge unseres Ackerlandes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus des Herrn zu bringen. Wir verpflichten uns, die Erstgeborenen unserer Söhne, unseres Viehbestandes, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, und zwar die Erstgeborenen unserer Rinder und unserer Schafe zum Haus unseres Gottes zu bringen, für die Priester, die im Haus unseres Gottes Dienst verrichten. Wir wollen das Erste von unserem Schrotmehl und unseren Hebopfern und den Früchten von allerlei Bäumen, von Most und Öl für die Priester bringen, in die Zellen des Hauses unseres Gottes und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Und so weiter. Ihr merkt schon, sie verpflichten sich, diese Dinge einzuhalten, die auch im Gesetz Gottes so vorgeschrieben sind. Und da geht es einfach darum, ja, etwas von dem, was man an Ertrag hatte, was man erwirtschaftet hat, einen Teil davon zu den Leviten zu bringen, in den Tempel, etwas abzugeben von dem, was Gott einem geschenkt hat, wieder etwas zurückzugeben an Gott. Und gleichzeitig wurde damit die Versorgung der Leviten garantiert. Also diese Dinge haben die Leviten dann benutzt und haben davon gegessen und gelebt. Denn die Leviten konnten selber nichts anbauen. Die Leviten hatten selber keinen Obstbaum im Garten. Sie hatten kein Feld, auf dem sie gearbeitet haben. Ihre Arbeit, ihr Dienst war das Haus des Herrn. Ihr Dienst war, ja, den Tempel zu pflegen, zu hüten und alle diese Dinge, die dort regelmäßig stattfanden, zu vollziehen. Das war ihr Dienst, das war ihre Arbeit. Sie konnten nicht selber, sie konnten nicht selber nebenbei noch Lebensmittel anbauen für sich. Sie hätten es vielleicht gekonnt, aber sie sollten es nicht. Sie sollten ganz im Vertrauen auf Gott ihren Dienst im Tempel tun und sie würden dann von den anderen versorgt werden. Von den anderen Stämmen Israels. Natürlich nur vorausgesetzt, sie würden treu ihren Teil des Gebotes erfüllen und auch wirklich diese ganzen Dinge abliefern. Sonst würde das natürlich alles nicht funktionieren. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, wie gut das funktioniert hat. Im Laufe der Geschichte Israels, wie gut dieses System funktioniert hat. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass das teilweise schon sehr gehakt hat. In manchen Prophetenbüchern gibt es dann schon die Momente, wo Gott sagt, warum gebt ihr mir nicht, was mir gehört? Warum beklaut ihr mich, sagt Gott an einer Stelle, indem ihr mir den Zehnten nicht gebt. Ich möchte mich jetzt hier so ein bisschen auf die Bäume konzentrieren und auf die Früchte der Bäume. Hier steht in 10 Vers 36 und es wird auch nochmal wiederholt in 10 Vers 38, die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen sollen gebracht werden. Und darüber hinaus haben wir gelesen, noch viele andere Dinge. Alle diese Früchte werden Gott geweiht, Gott dargebracht. Alle Früchte. Es geht von Oliven, über Feigen, über Weintrauben, über alles mögliche. Vielleicht sehen wir das nachher noch ein bisschen. Es ist so, dass Gott sich hier nicht eine bestimmte Frucht wünscht, von einem bestimmten Baum. Dass er sagt, bringt mir einmal im Jahr den zehnten Teil des Walnussbaumes. Denn die Walnuss ist eine heilige Frucht für den Herrn. Nein, von allen Bäumen, von allen Früchten. Sie sind alle willkommen, sie sollen alle Gott geweiht werden, sie sollen alle in den Tempel gebracht werden. Sie sind alle wichtig. Und von allen Früchten soll etwas abgegeben werden. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um einen bestimmten Baum oder eine bestimmte heilige Frucht. Es ist dieser bunte Mix. Es ist wie so eine Art Blumenstrauß, wie eine Art Erntedankfest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich komme ja gebürtig aus der Landeskirche. Und dort wird dann das Erntedankfest zelebriert teilweise. Und bei uns war das immer der Altar. Und alles davor war so bunt. Ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt mit vielen Bauern noch so drumherum. Und da wurde das dann wirklich so, wirklich, ja, da wurde das dann sehr schön gestaltet am Erntedankfest. So, dass man wirklich so diese ganzen Feldfrüchte da hatte. Und es war einfach wunderschön. Also es sah herrlich aus. Und einfach diese Fülle zu sehen, was unser Land so hervorbringt. Was der Ackerboden in meiner kleinen Stadt oder um meine kleine Stadt herum, was dieser Boden alles so erwachsen lassen kann. Das war der Wahnsinn. Und das war echt beeindruckend als Kind zu sehen. Wie reich wir hier gesegnet sind. Mit einem guten Boden. Mit Wasser. Mit genug Wasser, um Pflanzen zu gießen und wachsen zu lassen. Großer Reichtum. Und das war wirklich wie dieser bunte Blumenstrauß an Früchten, an Gemüse, an Obst. Das war wirklich herrlich. Und in der Bibel, ich habe es schon gesagt, in der Bibel ist der Baum auch eine Metapher für uns Menschen. Ihr kennt alle Psalm 1. Ihr könnt ihn gerne nochmal aufschlagen, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich so ungefähr auswendig. Aber hier steht doch, der glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Den Weg der Sünder nicht betritt. Und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Also wer ist hier wie ein Baum? Wer ist hier wie dieser gesunde, starke Baum? Das ist derjenige, der seine Lust hat an der Tora des Herrn. Da steht halt Tora im Original, nicht Gesetz, sondern Tora. Und Tora heißt übersetzt, die Finger ausstrecken, um den Weg zu zeigen. Also wer seine Lust hat an den Fingerzeigen des Herrn, an den Wegweisungen. Ich glaube, Wegweisung ist ein gutes Wort, was so ein Stück Kompromiss ist. Was deutlich macht, das ist jetzt nicht nur eine Empfehlung. Die Tora ist nicht nur eine Empfehlung. Sie ist schon eine deutliche Anweisung. Aber es ist eben mehr als ein Gesetz. Gesetz, Gesetz klingt so hart, es klingt nach deutschem Gesetzbuch, es klingt nach Gericht und so weiter. Nein, die Tora ist in erster Linie erstmal Wegweisung, Richtungsweisung, richtungsweisende Anweisungen Gottes für sein Volk. Nach denen sein Volk leben und sich richten sollte. Ja, sie waren schon bindend. Aber es ist wie gesagt, die Finger ausstrecken, um den Weg zu zeigen. Wenn wir das lieben, wenn wir Gottes Fingerzeige lieben, wenn wir unsere Lust daran haben, Gottes Willen herauszufinden, Gottes Willen aus diesem Buch heraus zu lesen, zu forschen. Herr, was ist dein Wille? Herr, woran hast du Freude? Herr, wohin soll mich mein Weg führen? Herr, was ist Weise und was ist Unweise? Herr, was ist gut und was ist schlecht? Herr, gib mir Wegweisung. Ich brauche Wegweisung. Und das müssen wir natürlich akzeptieren und in Demut vor Gott auch bekennen. Ja, ich bin nur ein Mensch. Ich brauche Wegweisung. Gott, von dir. Also wer seine Lust hat an den Weisungen des Herrn und über diese Weisungen nachdenkt, Tag und Nacht. Und wer eben nicht sitzt in diesem Kreis der Spötter, wird hier übersetzt, aber Spötter ist fast noch zu schwach. Wer hier sitzt im Kreis oder im Rat der Bösen, der Gottlosen. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Rat, wie so eine Ratssitzung von gottlosen Menschen. Wer daran nicht teilnimmt, sondern im Gegenteil, wie gesagt, seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Der ist wie dieser Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Mir ist ganz neu wichtig geworden und aufgefallen, dass hier steht, zu seiner Zeit. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, das können manchmal zehn Jahre, können ins Land gehen, bis so ein Baum, bis die Zeit für diesen Baum anbricht, Früchte zu bringen. Zehn lange Jahre muss der Baum erstmal wachsen, Kraft gewinnen. Ja, was auch immer der Baum da macht in den zehn Jahren, ich habe keine Ahnung, ich bin leider kein Baumkundler, aber es dauert zehn Jahre, bis dieser Baum anscheinend bereit ist, das erste Mal wirklich hochzubringen. Das braucht manchmal, oder das braucht seine Zeit. Das braucht dann auch Geduld. So ein Baum beim Wachsen zuzuschauen, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr gehe ich an meinem Bäumchen vorbei und denke, wann ist es denn soweit? Wann ist es denn soweit? Also hab keine Angst, Mensch Gottes, du wirst deine Frucht bringen, aber du wirst sie bringen zu deiner Zeit. Es wird Frucht kommen, aber sie kommt nicht, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht übermorgen. Vielleicht nicht mal nächstes Jahr. Vielleicht erst überüber nächstes Jahr. Zu deiner Zeit. Wenn die Zeit reif ist, wenn du reif bist, dann kannst du gar nicht anders, dann wird Frucht entstehen. Dann wird das einfach explodieren. Du wirst dich nicht dagegen wehren können. Die Frucht wird entstehen. Wie gesagt, wenn du dieser Mensch bist, immer vorausgesetzt, du bist am Wasser, immer vorausgesetzt, du bist mit Jesus verbunden. Das sagt doch Jesus auch in Johannes 15. Die Reben müssen im Weinstock sein. Aber wenn die Reben im Weinstock sind, was kann sie daran hindern, Frucht zu bringen? Dann werden sie Frucht bringen. Das kann gar nicht anders sein. Das wird so sein. Dafür wird Jesus schon sorgen. Also mach du dir keine Sorgen. Sei du einfach in Jesus. Lass uns einfach im Herrn sein. Dann wird Frucht kommen. Mach dir nicht zu viel Stress in dem Sinne, wo sind meine Früchte, wo sind meine Früchte. Konzentrier dich darauf, einfach in Jesus zu sein, in seiner Nähe, sich an ihm zu freuen, von ihm zu trinken, von ihm zu essen. Also wir sind diese Obstbäume. Weil hier geht es um einen Obstbaum. Im Psalm 1, das ist ein Fruchtbaum. Das ist ein Obstbaum. Er bringt zu seiner Zeit seine Frucht. Und wir sind auch solche Fruchtbäume. In 1. Mose 1, Vers 11, also unser Gott ist auch ein Gärtner, muss man sagen. Unser Gott liebt es zu pflanzen. Er pflanzt und pflanzt und pflanzt. In 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 11, das müsst ihr nicht aufschlagen, aber das wisst ihr auch. Da sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art. Und dann im 2. Kapitel von Genesis lesen wir, diese Bäume, die waren nice, die sahen gut aus, die waren lecker, die Früchte waren, ja, köstlich und sie sahen wunderschön aus. Also Gott hat diese wunderschönen Bäume ins Leben gerufen und ja, Tiere und Menschen sollten davon essen. Unser Gott ist dieser Gärtner und Jesus beschreibt das ja auch an mehreren Stellen, aber eben auch in Johannes 15, dass Gott der Gärtner ist, der durch den Weinberg geht und nach seinen Pflanzen schaut, sich um seine Pflanzen kümmert, sie wäscht, sie beschneidet. Und Gott weiß, was zu tun ist. Gott weiß, wie er uns helfen kann, damit Frucht entsteht. Gott wird die idealen Voraussetzungen schaffen dafür, dass Frucht entstehen wird, wenn wir nur wollen. Gott will. Wenn wir Ja sagen, Gott hat schon lange Ja gesagt. Er möchte das und er wünscht sich das. Wir sind Gottes Obstbäume, aber wir sind verschiedene Arten von Obstbäumen. Wir sind nicht alle eine Walnuss. Wir sind nicht alle einen Ölbaum. Wir sind verschieden. Ja, hier sitzen jetzt nicht 20 Ölbäume und hören gerade dem Gottesdienst zu. Und unsere Früchte sind auch nicht alle gleich. Wir tragen nicht alle Oliven. Wir sind verschieden. Wir sind aus verschiedenem Holz geschnitzt, wie man so schön sagt. Vielleicht ist Peter eine Eiche. Vielleicht bin ich eine Kastanie. Wer weiß das schon? Gott weiß das. Aber wir sind tatsächlich verschieden. Und ist es nicht schön, dass alle Früchte dem Herrn gebracht werden können oder von allen Bäumen? Wir dürfen wirklich bunt sein. Wir dürfen das, wir sollen das sogar und wir sind das auch. Wir müssen das gar nicht abstreiten. Wir sind verschieden, aber wir alle geben Gott die Ehre. Und das ist unser aller Herz. Es gab ganz verschiedene, wie gesagt, Arten von Bäumen in Israel. Ich zähle mal so ein paar auf. Ich habe mir so ein schlaues Buch gekauft über Bäume in Israel. Das ist echt super spannend. Und das sind vielleicht nicht alle, aber das sind so vielleicht die wichtigsten. Da gab es natürlich die Ölbäume, also die Oliven tragenden Bäume. Dann gab es Granatapfelbäume. Es gab Feigenbäume, auch relativ famous in der Bibel. Viele Situationen mit Feigenbäumen. Johannesbrotbaum, Johannesbrotbaum, Dattelpalmen, Walnussbaum oder Walnussbaum, Pistazienbäume. Pistazienbäume, Mandelbäume, Apfelbäume und ich denke, man darf auch sagen Weinbäume. Also der Wein ist kein Baum, aber manchmal wird er so ein bisschen mit hineingezielt. Und Wein war unglaublich wichtig. Die Weinpflanze in Israel war sehr, sehr, sehr wichtig. Also so viele verschiedene Bäume, so viele verschiedene Früchte und sie alle, sie alle sollten Gott gebracht werden. Von ihnen allen sollte die Erstlingsfrucht gebracht werden. Alle diese Bäume sollen und können zum Lob Gottes beitragen. Im Psalm 148, Vers 7, vielleicht schlag dir das mal auf, weil das so ein schöner Psalm ist. Das ist Psalm 148, ein wundervoller Lobpreis-Psalm. Wir lesen ihn einfach mal ganz, weil er so herrlich ist. Der macht einfach gute Laune, finde ich. Halleluja, lobet den Herrn vom Himmel her. Lobet ihn in den Höhen. Lobet ihn, all seine Engel. Lobet ihn, alle seine Herrscharen. Lobet ihn, Sonne und Mond. Lobt ihn, alle leuchtenden Sterne. Lobet ihn, ihr im Himmel, der Himmel. Ihr Himmel, der Himmel. Und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin, für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die wird man nicht überstreiten. Lobt den Herrn von der Erde her. Ihr Seeungeheuer und alle Fluten. Feuer und Tage, Schnee und Nebel. Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Ihr Berge und alle Hügel. Fruchtbäume und alle Zedern. Das Wild und alles Vieh. Gewürm und gefiederte Vögel. Könige der Erde und alle Völker. Oberste und alle Richter der Erde. Junge Männer und auch Jungfrauen. Alte samt den Jungen. Sie sollen loben den Namen des Herrn. Denn allein sein Name ist hoch erhaben. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Ein Loblied für alle seine Frommen. Für die Söhne Israel. Für das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Ein wundervoller Lobpreis Psalm. Und alles soll Gott loben. Wirklich alles und jeder ist dabei. Gut, man könnte noch, ich denke wir dürften alles einfügen hier in diesem Psalm. Er wäre dann aber sehr, sehr lang. Hier sind aber auch die Obstbäume genannt und die Zedern. Und natürlich auch ein Meer ungeheuer. Aber die Obstbäume sollen Gott loben. Jeder Baum kann Gott ehren. Jeder Baum kann Gott mit seiner Frucht loben. Jeder Baum kann etwas mit seiner Frucht beitragen zum Lob Gottes auf Erden. Und die Früchte sind so unterschiedlich, aber es ist derselbe Gott, der sie hervorbringt. Die Früchte sind so verschieden, aber es ist derselbe Gott, der sie erschaffen hat. Der sie ins Leben gerufen hat. Der gesagt hat, die Erde bringe hervor. Und die Erde brachte hervor. Sie musste. Sie konnte nicht sich Gottes Wort widersetzen. Sie musste reagieren. Und die Erde brachte diese Bäume hervor. In ihrer Unterschiedlichkeit. Es ist derselbe Herr, der sie geschaffen hat. Aber diese Früchte, wenn ihr mal durch den Supermarkt alleine durch die Obstabteilung geht, Leute. Ganz ehrlich. Manchmal ist es doch echt crazy, was es für Früchte gibt. Und wir sind ja, und wir haben nicht mal, glaube ich, so verrückte Früchte bei uns in der Obstabteilung. Wenn man dann mal so auf Reisen ist oder so, ich bin das nicht so oft, aber manche von uns waren ja vielleicht schon mal in Ländern, wo es ein bisschen wärmer ist. Da gibt es manchmal so heftige Früchte, die man gar nicht kennt als Deutscher. Aber schon alleine hier, oder? Die Vielfalt ist doch Wahnsinn. Die Früchte, die Formen, die Farben, die verschiedenen Größen, der verschiedene Geschmack, das verschiedene Gewicht der Früchte, die verschiedenen Farben der Früchte. Die Früchte haben verschiedene Haptik, sie fühlen sich anders an, wenn du sie in die Hand nimmst, aber auch wenn du sie isst. Die sind alle so unterschiedlich, aber wir wissen, alle diese Früchte haben denselben Ursprung. Sind von unserem Gott erschaffen worden. Und wenn Gott uns fruchtbar macht, uns unterschiedliche Obstbäume, wir als Gottes Obst garten. Wenn Gott uns fruchtbar macht und wir, und wirklich zu unserer Zeit dann irgendwann Frucht entsteht in unserem Leben, durch den Heiligen Geist, dann mach nicht einfach dein Ding mit den Früchten. Dann freu dich nicht einfach und sag, hurra, Früchte, wow, ich kann ja was, oh, hier ist ja was. Und jetzt mach ich irgendwas damit. Mach nicht irgendwas damit, mit den Früchten, die Gott in deinem Leben entstehen lässt. Bring diese Früchte Gott da. Bring sie im Gebet da und sag, Herr, ich habe das, ich habe diese Gabe. Das ist in meinem Leben entstanden. Herr, was soll ich damit tun? Ich möchte es dir geben. Ich möchte dir diese Frucht widmen. Vielleicht kommt ein Moment in deinem Leben, wo du merkst, da ist eine Frucht entstanden in meinem Leben. Gib sie Gott da. Weihe sie Gott. Wenn du denkst, boah, ich bin in letzter Zeit, klingt das vielleicht so ein bisschen witzig, aber das gibt es wirklich manchmal so Momente, wo du denkst, boah, ich bin wirklich in den letzten Jahren echt so geduldig geworden. Ja, ihr lacht jetzt. David lacht, weil er mich kennt. Ja, okay. Ja, gib das doch Gott. Sag, Herr, was soll ich mit dieser Frucht tun? Gibt es irgendwas? Gibt es etwas, wo ich diese Frucht einsetzen kann? Gibt es jemanden, der diese Frucht der Geduld braucht? Der sie genießen soll in der Gemeinde? Gibt es jemanden, der Geduld braucht? Ja, Amen. Gibt es bestimmt in dieser Gemeinde jemanden, der Geduld braucht? Der einen guten Zuhörer braucht? All diese Dinge. Ihr merkt, boah, ich kann echt gut Leute ermutigen. Ja, gib das doch Gott. Leg das doch Gott im Gebet hin und sag, Herr, ich glaube, ich habe eine Gabe der Ermutigung. Ich kann Leute irgendwie motivieren. Herr, was soll ich damit tun? Ich will dir diese Gabe geben. Ich will dir diese Frucht widmen, Herr. Zeig mir, wer das braucht. Wer von dieser Frucht essen sollte. Wem ich davon geben kann. Wer davon profitieren soll, dass du mich fruchtbar gemacht hast. Und Gott freut sich so sehr über unsere Früchte. Er liebt das. In Galater 5, kennt ihr doch auch alle, oder? Da ist ja auch die Rede von Früchten. Gott lässt Früchte an uns wachsen. Wir sind Obstbäume. Das sagt auch Galater. Ich meine, wo wachsen sonst Früchte, oder? An einem Baum. Es geht einerseits um die Werke des Fleisches, aber eben um die Früchte des Geistes. Und die Früchte des Geistes. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, was die Frucht des Geistes ist. Ich glaube, manchmal denken wir als Christen so ein bisschen falsch auch darüber. Über Frucht. Was ist Frucht? Wenn du überlegst, habe ich in meinem Leben schon Frucht gebracht? In meinem Leben als Christ. Ich habe früher immer gedacht, das heißt, wie viele Leute habe ich bekehrt? Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier. Vier Leute haben sich wegen mir bekehrt. Vier Früchte. Immerhin. Bis ich dann irgendwann mal eine Predigt gehört habe über Galater 5 und das erklärt bekommen habe, die Frucht des Geistes ist nicht unbedingt deine Anzahl an Bekehrten oder so. Nein, die Frucht des Geistes, das ist etwas, was in dir entsteht. Es ist etwas ganz tief in deinem Herzen, was Gott durch seinen Heiligen Geist wachsen lässt in dir. Und wenn Gott durch seinen Obstgarten aka die Gemeinde wandelt, wenn Gott in seinem Garten wandelt, so wie er im Garten Eden wandelte, wenn er hier durch die Reihen geht, durch die Bäume, durch die Obstbäume und schaut nach Früchten, schaut, ob er schon Früchte entdecken kann an uns, dann sind es diese Früchte, die er sucht, zuallererst. Oh, sagt er vielleicht. Hier sehe ich schon ein paar Enthaltsamkeitsbeeren. Köstlich. Oh, und da drüben. Oh, schön, schön. Da wachsen ja schon ein paar Friedenstrauben an der Friederike. Lecker. Sehr schön. Oh, da drüben, bei Peter. Sanftmutsnüsse. Und da hinten sehe ich auch ein paar Treuefeigen. Sehr lecker. Ich muss das mir einfach zu bildlich vorstellen. Leute, ihr wisst es. Meine Fantasie geht manchmal mit mir durch. Aber Gott wandelt durch die Gemeinde. Er wandelt durch seinen Garten. Und er schaut. Er schaut nach Frucht. Und er freut sich über die Früchte. Er freut sich, wenn er... Und ich glaube, manchmal erwartet er gar nicht die Riesenernte. Ich glaube, er ist erstmal froh, wenn er ein paar Früchte sieht. Ich glaube, er ist erstmal froh, wenn das überhaupt losgeht mit dem Wachstum der Früchte. Ich glaube, Gott freut sich. Und ich glaube, wie gesagt, Gott ist ein guter Gärtner und wir müssen keine Angst haben. Wenn wir Gott vertrauen und wenn wir es zulassen, dann wird er so für uns sorgen, dass wir gute Obstbäume sind. Schlechte Obstbäume wurden gefällt, das wissen wir. Was Johannes der Täufer sagt, die Axt ist schon an die Wurzeln der Bäume gelegt. Aber an welche Bäume denn? An Obstbäume, die keine Frucht bringen. Das meint Johannes. Es ist schon so, dass Gott Frucht sucht. Aber es ist auch so, dass Frucht entstehen wird, wenn du es möchtest. Und dann noch ein letzter Gedanke, der mir wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Denk nicht, denk nicht schlecht über deine Frucht. Du bist vielleicht ein Mandelbaum und dann denk bitte nicht, oh, alles was ich dem Herrn geben kann, sind nur diese paar Mandeln. Und da drüben, mein Nachbarbaum, der hat diese mega fetten Kokosnüsse. Und er hat gleich 20 davon. Und die kann er Gott bringen. Und ich habe diese mickrigen Mandeln. Ich bin nur ein Mandelbaum. Ich fühle mich so schlecht. Ich bin gar nichts. Ich bin nichts. Ich bin wertlos. Wisst ihr, ich weiß, ich habe hier ein Gleichnis aus der Bibel einfach umgemünzt auf Bäume. Das Gleichnis von den Organen, von den Körperteilen, was Paulus benutzt. Aber wisst ihr, jeder, ich glaube jeder, wir sind nicht durch Zufall die, die wir sind. Gott hat uns gemacht. Gott hat aus dir einen Kokosnussbaum, Kokospalme oder, gemacht. Gott hat aus dir einen Mandelbaum gemacht. Gott hat aus dir einen Feigenbaum gemacht. Du bist, wer du bist, nicht aus Zufall. Und vertraue doch einfach Gott, dass das schon richtig ist. Dass er dich schon richtig gemacht hat. Dass er sich schon etwas dabei gedacht hat, dass du der Baum bist, der du bist. Und nimm einfach deine paar Mandeln und wenn es wirklich auch nur zwei, drei sind und widme sie Gott. Denn das ist ihm wohlgefällig. Und was immer auch für Früchte in deinem Leben entstehen, sie werden Gott zur Ehre gereichen, wenn du sie ihm einfach bringst. Also ich will euch ermutigen, seid nicht, ja, seid nicht, seid nicht entmutigt, seid nicht verdrießt darüber, wer ihr seid und welches Obst ihr produziert. Standardbeispiel, warum kann ich nicht so gut gitarisch, warum bin ich kein Musiker, wenn ich Nora Geige spielen höre, wenn ich doch nur ein Musiker wäre, wenn ich doch nur Geige spielen könnte, wie Nora. Das wäre so schön, aber ich kann nur stricken. Stricken. Ich kann einfach nur stricken. Ich kann nicht die Geige spielen. Ich bin nicht dieser Geigenbaum. Ich bin nur ein Strickbaum. Eine alte Strickliese. Ah, oh Herr. Warum hast du das nur so? Warum, 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 ja, warum, Gott weiß schon warum. Also, es ist vielleicht ganz gut, dass du nicht so gut Geige spielen kannst. Ich denke, manchmal ist es ganz gut, dass ich nicht so ein Hübscher bin, dass ich nicht so ein Playboy bin, so ein richtig hübscher Kerl. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich könnte nicht damit umgehen. Ist schon gut, dass ich Übergewicht habe, dass ich ziemlich normal aussehe. Das ist okay. Ich glaube, der Herr wollte das so. Jetzt kann ich mein Übergewicht auch noch auf Gott schieben. Nein, ihr wisst, was ich meine. Das ist schon richtig. Wisst ihr, es ist schon richtig, dass ich der bin, der ich bin. Und nicht, dass Gott mich nicht verändern will und umgestalten will. Das meine ich nicht. Aber Gott hat schon keinen Fehler gemacht, als er dich und mich gemacht hat. Und wichtig ist echt nur, dass wir das, was wir haben, dass wir das Gott bringen und dass wir seinem Heiligen Geist und seiner Kraft vertrauen, dass durch seine Kraft und durch ihn das in unserem Leben entstehen wird, was in unserem Leben entstehen soll. Und in diesem Vertrauen müssen wir wirklich ruhen und sollen wir ruhen. Und ich glaube, Gott möchte das auch. Das ist die Frucht des Geistes. Es ist nicht die Frucht der eigenen Anstrengung. Es ist die Frucht seines Heiligen Geistes. Gut, ich möchte noch mit euch beten und dann möchte ich das Abendmahl mit euch nehmen. Und letztendlich, um nochmal aufs Abendmahl überzuleiten. Peter, wirst du gleich das Abendmahl? Danke. Dass wir Gottes Obstbäume sein können, das hat auch ganz viel mit Jesus zu tun und mit dem, was er am Kreuz getan hat. Gott hat uns dazu, Jesus hat uns dazu befreit, dass wir jetzt Gottes Obstbäume sind, dass wir jetzt gute Früchte bringen können, dass wir jetzt ihm zur Ehre leben können, dass wir ihm, ja, unsere guten Früchte widmen können. Das ist alles nur möglich, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, weil Jesus uns dazu befreit hat, weil Jesus Christus uns erneuert hat, ein ganz neues Leben geschenkt hat in ihm. Und daran wollen wir jetzt gleich denken und Peter wird gleich das Abendmahl anfangen. Ich bete aber noch einmal ganz kurz. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diese Bilder gegeben hast in der Bibel, diese Metapher der Bäume und der Früchte. Und Herr, ich danke dir, dass wir dir ganz vertrauen können, wenn wir nur in dir bleiben, Herr. Herr, wenn nur du uns erfüllst, Herr, dann wird Frucht entstehen, Herr. Und wir wissen nicht, wie viel oder so. Wir wünschen natürlich, dass es viel ist, Herr. Jesus, wir wollen viel Frucht bringen. Herr, aber wir wissen, dass es nur durch deine Kraft geht und durch deinen Heiligen Geist, Herr. Dass wir es nicht erzwingen können oder selber aus uns produzieren können, Herr. Herr, wenn du uns nicht durchdringst mit deinem Geist, dann wird keine gute Frucht entstehen. Und so bitten wir dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Und egal, wie alt und knochig wir sind als Baum oder wie jung wir sind und unerfahren und noch nicht mal diese zehn Jahre vielleicht geschafft haben, keine Ahnung, Herr, aber egal, in welcher Kondition wir gerade sind als Baum, ich bitte dich, erfülle uns mit neuem Leben, Herr. Herr, jetzt kommt doch gerade der Frühling her. Bitte mach uns genau wie die Bäume jetzt im Frühling her, wo der Saft einfach reinschießt und die Blätter sprießen und grünen. Herr, ich wünsche mir, dass ich so ein Baum sein kann, Herr. Dass dein Leben mich durchdringt und durch mich fließt, Herr. Dass viel Gutes entsteht für dieses kommende Jahr, für die Zeit, die noch vor uns liegt. Und für diese Gemeinde, Herr. Und für diese Stadt, Herr. Herr, wie wichtig ist es, dass wir Bäume sind, die leben, dass wir Bäume sind, die Frucht bringen, Herr. Damit Menschen an diesen Früchten erkennen können, dass du lebst. Ja, bitte hilf uns, Herr. Amen.